Arne, jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space 2, Folge 20. Wir sind immer noch da. Na, ich will sie, wenn ich leben hab. Aber irgendwie müssen wir das schlafen. Der Docking-Port befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparatur-Auftrag erteilt. Ellie, ich habe hier ein Problem. Boah, ist normal. Der Dock-Auftrag führt am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich seh mir das Ganze mal von draußen an. Wo war die Munition? Wo ist die Munition? Ah, da. Da. Das macht er aus. Ich kann das Forsaken nicht auch versuchen. Wo war die Munition? éis Kupfer? Na, ich will ihn auf. Ellie, ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Was macht Strauss? Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Scheiß hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Das riecht nach Ärger. Das riecht nach Ärger. Da ist also 8 in Schutz. Das könnte ich jetzt also schaffen. Das riecht nach Ärger. 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 Ja, guck, kommt von hinten Toll, alter Die Scheiße nicht wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken Wie soll man die Scheiße schaffen? Ich hab kaum Leben Die Scheiße nicht wegdrücken, wegdrücken Die Scheiße sind weg, wegdrücken Die Scheiße sind weg, wegdrücken Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. And now I'm back and I'm healed. Yes, now. Oh, wow. I will delete you. Das ist alles komplett gelauert, das ist gut. Ich habe es nicht gelauert. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.